jo jo hallo wunderschönen abend an alle ich habe mir gedacht ich schaue jetzt am abend noch mal kurz in nino kuni rein ich habe jetzt mehrere tage schon nicht mehr gespielt und und habe gedacht ich habe jetzt noch mal rein weil von nichts kommt nichts sagen wir mal so ganz schön haben wir heute schon erledigt also haben wir zeit für nino kuni auf geht's ich habe übrigens gerade die spiegeleier mit den würstchen bewundern ich glaube das sogar ein oktopus würstchen sie zumindest so aus wie ein oktopus würstchen so eine scheibe gutes fluffiges frisches brot mit würsten und spiegeleiern wäre schon gut oder ich liebe essen in videos spielen so hier we go so meine ganzen alles belohnung abholen ich hätte halt mal kurz reinschauen sollen oder so jetzt habe ich da schönes bekommen ein früchtekorb okay ein megafon sind wir bei final fantasy 7 129.000 gold bekommen weil ich so lange pause gemacht habe ok kennt sich noch jemand aus nein wie immer ja stimmt ich habe ja den studio bekommen also spike ok also was kann man machen man kann die haupt story weitermachen dann gibt es sicher die daily quests die sich aber auch ein bisschen speichern soweit ich mich erinnert habe irgendwie ist meine brille so dreckig ich sehe nichts beim spielen besser ok da blinkt wieder alles was gibt es da noch check in pass 10 gold ok ok das kostet noch gold normales na dann bundles free gift ok das ist damit man immer wieder da reingelockt wird oder ich bin hier auf die shop seite was gibt es da noch equipment power ab 20.000 was ist da schönes drin das kostet alles nur diamanten und das kostet auch alles nur diamanten ok was haben wir da noch schönes das kostet echtes geld was ist da steigt ja kein mensch mehr durch bei so vielen daily premium die clue sieht aber glücklich aus aber nur weil du glücklich aussiehst hoffe ich dann noch lange nichts so leicht kann man mich nicht verführen ach 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 ok die skill level up sollten wir auf jeden fall machen alles was einen stärker macht ist gut und wichtig Was macht das jetzt eigentlich? Jetzt lese ich mir das mal durch. 25 Sekunden Cooldown. Waffen kann man leveln? Oder nicht? Okay. Schon seltsam, dass mir das da angezeigt wird. Egal. Einfach ignorieren. Familia kann man leveln. Mintsuiru. Stretchy Jelly. Die Roten geben Attack, Tough Jelly geben Defense und Fluffy Jelly geben Hoppy. Okay. Von den Fluffy hätte ich 3. Gibt 32 HP dazu gerechnet hab. Was ist das? Okay. Das lassen wir lieber da sein. Achievement Reward? Ui. Hoppla, das ist aber viel. Hammer ab. Wasser. Ganz schön viel. Ne? Anderthalb haben wir schon. Plop plop plop. Okay. Social. Make one friend. Yay. Na? Bald auf level 2. Oh cool. Gott, Hilfe. Okay, warte, wir machen einfach claim all. Yay. Sehr gut. Was auch immer wir da alles bekommen. Option, Setting, Recommendations. Okay. Das offizielle Forum. Hat da jemand schon mal reingeschaut? Ähm. Collection Rewards. Was wollen wir uns auch noch? Wir machen einfach claim all. Stats sind Stats. Cool. Na, ich glaub wir legen mal los. Machen wir mal welche von den Daily Quests. 31 von 5 Quests. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gut, was gibt's denn da Schönes zu machen? Normal, normal, normal. Hm, frisch. Wird immer teurer. Ein Mandeline. Ein Chirrel. Wir nehmen mal alles an, was da gibt. Eigentlich könnte man das auch gleich finishen, oder? Für 1000. Oder kostet das dann auch mehr? Wir probieren das einmal. Okay. Und eine 1000 ist nicht viel, wenn man 521.000 hat. Dann spart man sich das rumlaufen. Jetzt auch immer unsere ganzen Belohnungen. Was auch immer wir da alles kriegen. Es sind so viele verschiedene Items mein Kopf. Ne, ist doch wahr. Das macht später alles Sinn. Dann muss das auch einfach mehr. Okay. Anscheinend macht später alles Sinn. Man muss nur Geduld haben. Da, Class Level up. Gute Sache. Tada. Okay. So, jetzt haben wir 26 von 5 Quests. Einmal Refreshen. Rare, Premium, Normal. Oh, wir haben einen Premium-Auftrag bekommen. Was sollen wir denn machen? Trink die Reservoir. Also noch ein Quest. Machen wir es einfach so. Fertig. Tada. Oh. Oh, noch ein. Oh. 14. Sehr cool. Okay. Die anderen nehmen wir einfach mal an. Und vielleicht gehen wir zufällig dran vorbei. So. So. So viele Quests. Okay. Coole Sache. Oh. Hm. O. Okay. Die ist Event Mission Reward. Has arrived. Okay. Okay. Ich habe eine Weasler bekommen. Okay. Salvage Equipment. Should we try salvaging any unused equipment? Da, 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 da. Okay. Habe ich überhaupt unnötiges Equipment? Ich glaube nicht. Das ist alles was ich habe ist an meinem Körper angelegt. Okay. Was ist denn das da für eine Sonnenblume? Oh ist die süß! Eine Sonnenflora. Gut. Schauen wir mal das Reputations-Quest. Ah, das ist gleich dort drüben. Reputation ist immer gut zu haben. Hallo Tumba. Es wird nicht mehr super. Okay. Okay. Alle haben da den gleichen. Alle haben zuideos. Let's try Crafting Equipment. Alles bling du mal. Tumba is a famous blacksmith in Evermore. He'll make a new equipment if you bring him equipment, recipes and crystals. Equipment crafting materials can be obtained from Swift Solutions Errand or by defeating monsters. Ok. Okay. Okay. Ich darf das eine verlassen. Okay. 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 Okay, einmal ein Wasserspeer, drei Grasspeere und zwei Feuerspeere. Okay, aber auf jeden Fall noch ein drittes Element. Okay, das sind diese Recipes. Okay, was bringt da noch? Amor. Amor können wir auch machen. Was bekommen wir? Okay. Defense 430. Okay, ist auf jeden Fall stärker. Denke ich mir. Attempts before guaranteed, drei Sterne, 17, okay. Gut. Und nochmal mit Tomba reden. Okay. Happy with the results. So eine Erbsenschote. Und Reputation Points. Sehr gut. Eisbeer. Okay. 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 Hallo? Hallo? Ja. Ich bin sicher, aber eigentlich nicht nur ein Kind. Ist das denn so? Was hat sich für heute passiert? Warum bist du so aufregend? Was ist das? In der Fall, ich habe einen neuen Freund in diesem Fall geöffnet. Das ist der Kohl-Head. Aber ich habe den Kohl-Head-Kohl-Head-Kohl. Ich habe einen Schraub mit einem Glück geöffnet. Was ist das? Dann kommt die Kohl-Head-Kohl? Was ist das? Was ist das? Nein, nicht wegwerfen. Oh, eine Schatzkiste. Oh, ein random Hut. Oh. Hallo, Bert. Noch ein Hut. Und? Oh, das stimmt. Du hast auch einen neuen Unternehmen? Ein neues Unternehmen? Ich habe auch gedacht, dass ich es nicht verwendet habe, aber ich glaube, dass es sehr klein ist. Okay. Sind natürlich so nett und bringen die Hüte zurück. Oder? Oder? Alle haben schon so eine Rennkatze. So geht das aber nicht. Ich hoffe, sie haben eine Rechnung mit dabei. Drei Hüte. Was ist das? Vielleicht ein Ding da. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich habe ein anderes книge of. Es ist ein Artes Stück. Aber du hast auch eine Rennstück. Es ist ein Überschritt. Entschuldigung? Was du schaffst, mein Hand woman? Mö, ich bin nicht liebb. Was kann ich. Dann kann ich das? Was ist das, wenn wir uns die Rechnung haben? Was das? Das ist es nicht besser. Aber das ist. Das ist also gut. Ich habe, okay? Ist ja gemein. Wird noch alle drei genommen. Siehst du, Clou sagt dasselbe. Clou ist sauer. Ich bin gespannt welchen Hut wir bekommen. Swifthead, Oulhead, Crowhead. Tadaa. Und es ist... Tadaa. Tutorial Costumes. Let's equip the new head. Ich hab doch schon einen coolen. Oh Gott, ich sehe überall nur Ausrufezeichen Hilfe. Ist ja wahr, alles blinkt. Das ist sehr schlimm. Vor allem manchmal weiß ich gar nicht was er mir da anzeigt. So. Costume. Tadaa. Colour change. Tadaa. Just nice to change your costume's colors. Show the world your fashion sense. Show the world your fashion sense. Der Swifthead. Allergie. So. Swifthead. Okay. Sieht so aus. Man kann sich sogar da im Spiegel begutachten. So. 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 Er ist selten. Aha. Neue Pose. Oh Gott. Wie das geht's? Level up. Jetzt geht mein Geld doch langsam flöten. Nein, nicht wirklich. So. Okay. Okay, eigentlich habe ich jetzt die Waffen doppelt. Und dann den gleichen nochmal nennen. Dann braucht man noch so freier Materialien. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch noch ein Eisspeer. Ein Eisspeer? Ah ja. Tatsache. Feuer, Blatt, Eis. Okay. Jetzt tut's mal, würde ich sagen. Okay, was hat sie noch zu sagen? Ah. Was ist denn, was ist das? Was ist denn? Was ist denn? Das ist, dass ein Einwander hat, hat sich ein kleines Schraub vertreten. Oh. du bist aber nett schlüssel okay halt mal stehen bevor du irgendwo hinläufst ich will dieses eine ding da anschauen was auch immer das da ist den stein süß wieder so musik links und irgendwo noch mal das ein silbernes ich muss doch seltenere sachen da drin verkaufen oder so dass man doppelt hat so traveling merchant appears hilfe alles blinkt okay so hm hm reputation ah da gibt es noch mehr 22 bis 12 minuten nein das ist ein meter oh ist der pick star star spawn ganz viele dice used to randomly obtain one item from the list oh da gibt es aber viele farben deep sky tropical ocean okay except like yeah uh und or magic an and z und und dann na da da na a g die good no so fals um und Es ist nicht so weit, dass die Läden und die Läden nicht so weit entfernt. Was ist das eigentlich? Okay, ein Profile-Picture. Deil-Costume. Yay! Oh Gott. Auf geht's. Select the Costume part to die. Okay. You can die the Costume your favorite color. Okay, darf man sich eine Farbe aussuchen? Hoppala, warte, warte. Hm? Muss ich raus? Ich wollte... Ich hab ein Die-Tutorial gehabt, aber ich glaube man konnte noch nicht dieien. Ja, ich dachte man kriegt im Tutorial vielleicht eine zum ausprobieren. Posing for Photograph. Okay. Touch. Ich will auf meinen Monitor drücken. Capture your memorable moments in Ninokuni in a photo. Use stickers, frames, filters and various other features to capture your special Ninokuni moments in a photo. Das ist ein bisschen albern, aber lustig. So, wo ist die Kamera da unten? Eine Pose machen. Tada! Let's go take a photo. Sehr süß. Liebe Message. Oh. Hat das jetzt gespeichert? Upsi. Macht sich vielleicht mein Handy selbstständig. Okay. Okay. Was ist das? Reputation. Okay. In progress. Okay. Ah, okay. Hilfe alles. Okay. 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 Charakter-Info. Wall. Das ist das für ein Action-Foto. Okay. Tada! Was hast denn du da für ein lustiges Action-Foto gemacht? Ja. Warum nicht? Okay. Popular Upgrades. Das ist ja lustig. Okay. My Updates. Okay. Friends. Evolver Exe. Level 47. Wahnsinn. Boah. Boah. Spannend. So. So. Boah. 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 Okay. Okay. West Complete. Ah, jetzt haben wir auch die Farbe bekommen. Okay. Oh. Reputation Grade Up von... 1 auf 2. Okay, cool. So, schauen wir mal weiter. Reputation. So. Schon fertig. Autosona. Ah, gut. Oh. Treasure Map, okay. Okay. Irgendwie nicht so weit weg. Seasier Station, okay. Oh, ich hätte fast traveln können. Egal. Wir können doch laufen. Wir sind flexibel, was das angeht. Ich kann ja unterwegs ein paar Gegner plätten. So, wir haben jetzt Feuer. Blatt und Wasser. Weiß jemand noch was gegen was gut ist? Wie ein Pokémon. Feuer gegen Pflanze, Pflanze gegen Wasser, Wasser gegen... Fluff. Pflanze gegen Wasser und Wasser gegen Feuer. Ja, das wollte ich sagen. Gott sei Dank ist ja wirklich so weit. Hm, wenn wir da schon sind. Wir haben ja theoretisch schon einen Schlüssel bekommen, oder? Suspicious Grass. Einfach rausziehen. Oh. Ui. Ich habe den Würfel gekickt. Ein Kaktor oder sowas. Eine Schnitzeljagd. Okay, und weiter geht's. Wir sind da doch ein, zwei Gegner mal auf dem Weg. Items sind Items. Das sind nur Pluffs. Ich sehe eine Schatzkiste. Hoffentlich keine Mimik. Ups. Und das für Goblins. Aha. Coffinpicker Raider. Ich muss mal wieder reinkommen ins Spiel. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Okay, eine Kiste habe ich schon gesehen, da in dem Dorf, ich sollte wieder hingehen und sie mal aufmachen. Jetzt, wo wir die Schlüssel haben. Okay, let's go. Alle kommen mit. Nein, da sind wieder Schafe ausgebüxt. Hoppala. Und zwar irgendwo dort oben und dann hinten links, soweit ich mich erinnere, war eine Truhe, wenn die noch da ist. Man weiß ja nie. Ein guter Abenteurer zerstört immer alle Urnen auf dem Weg. Und die Kisten. Alle natürlich nicht. Manchmal gibt es eine etwas bessere Belohnung, zumindest. So, da hinten links, neben dem Haus war was damals. Wenn die noch immer da ist. Irgendwie einen hier irgendwo. Oder auf der anderen Seite. Oder die spawnen und die spawnen oder so. Ist nichts. Jetzt sind die wirklich mal dort, mal dort. Wiesenkürbisse. Lecker. Ich will schon von Essen, Videospielen reden. Eine Kürbiscremesuppe, wenn mal wieder gut. Uno. Wer ist Uno? Oh, der ist süß. Der Babydrache. Oh. Sehr süß. Setz mich ihn wieder runter. Okay. Gut. Okay, Quest ist abgeschlossen. Dann haben wir nur noch das Quest von Jackson. Okay, gut. Jetzt fast traveln wir aber. Wer kann, der kann. Die Kanone da oben. Noch gar nicht gesehen. Hi Jackson. Alles klar. Was? Wenn du dich schiefst. Wenn du dich entdeckst, wirst du dich um dich zu tun? Und du dich schiefst? Wie bist du? Du hast ein paar Worte verhalten? Hörst du dich? Du sagst du dich? Das ist das über die Geschichte. Was? ok was gibt es da ein was was manisch ok cool nämlich ok wird es so einfach sein ich glaube nicht die musik ist wieder sehr fröhlich mein kleiner wasserdrache schwebt hinter uns her oi ein superstar nicht nur ein style sind wir schon so können wir superstar werden mh ok wir möchten stärker werden training book ok the legendary secret tome missions and books ok the knights of evermore handbook the knights of evermore handbook is a training manual which contains secret methods to become stronger quickly clear knights of evermore handbook missions and obtain various rewards auch das noch noch mehr missions und so character level 25 das haben wir noch nicht aber das können wir machen ok ok crafted yourself 6 von 5 das haben wir mal tada ok ok das nächste ist level up equipment 1 von 10 familias ok gut machen wir Sachen zum freischalten passt und 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 wir sind 1 von 1 von und 1 von 2 von 3 von und 3 von die Handbox. Okay, jetzt sind alles freigeschaltet. Oh nein, die sind noch... Sehr gut. Familie ist freigeschaltet. L-lappe Familie, okay. Und das... Survivors of the Name des Groen. Okay. Gut. Ähm. Luri. Lustig. Gut. Linken da noch. Checking pass. Achso, das können wir noch mal machen. So, jetzt ist das weg. Today. Okay. So, ja. Das war das. Achievement Reward Available. Hau ab. Claim. Claim. Adventure Claim. Social Claim. Oh, bald haben wir Level 2 erreicht. Sehr gut. So, was haben wir noch in der Liste? Odex Reward. Tada. Okay. Purification Medals. Was immer die ganzen Sachen alles bringen, das ist ja der Wahnsinn. So, was haben wir denn noch? Records Collection. Neue Stats. Ach, wir haben auch noch Rüstung bekommen. Ah, Equipment. Equip. Alle Klassen. Defense Crit Resist. Was machen die anderen? Okay. Das ist in allem einfach besser. Extra Awakening Effect. Damage Taken. Minus 2,7%. Und die haben wohl nix. Ja, dann lege ich doch die besseren an, die stärker sind. Drei Sterne Rüstung. Klop. So. Das ist besser. Okay. Das ist das gleiche, was ich habe. Okay. Da ist alles das gleiche. Aber theoretisch können wir jetzt dann auch die Sachen zerlegen. Gut. Handschuhe haben wir. Das, das, das. Okay. Jetzt haben wir da Schönes. Ah, die Farbe. Eine Random Farbe. Eine Random Farbe. Okay. Machen wir einfach mal. Was haben wir bekommen? Oh, Mint. Das gefällt mir. Was ist das? Varnish Selection. Use in Select. Use to Select and Obtain one Item from the List. Okay. Da kann man sich das aussuchen. Das heben wir uns mal auf. Was ist das? Das ist ein Random. Okay. Die Random können wir eigentlich aufmachen jederzeit. Wenn wir eh nicht wählen können. Okay. So, was haben wir da? Nochmal Random. Die Schoten. Und noch andere Sachen. Okay. Das ist es. Wir nehmen es einfach. Tadaa. Oh, was ist das? Okay. Okay, da gibt es eins, was wir uns aussuchen können. Da kann man sich auch eine Evolution Fruit aussuchen. Und der Swordsman Head. Okay. Und ein Sweet Cappuccino nicht zu vergessen. Ganz schön anstrengend alles. Und am Ende ist nur ich. Okay. Tadaa. Okay. Aber wenn man wahrscheinlich genug von einem Monster macht oder so. Specialties. Ist das? Da führt uns noch eins. Let's keep this nest and chests. Okay. Okay, 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 okay. Ich mich halbwegs aus. Doch. Mal schnell fast travel. Ein paar Gegner. Oh, was sind das für welche? Haben wir die schon mal so noch? Okay, Wasser. Gut, dass er... Dass einem das immer angezeigt wird, da. Immer drauf fahren. So, damit wir ein bisschen mehr sehen, da was wir machen. Die Skelle Palladin sind auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen stärker. Sehr gut. Das ist komplett. Was bekommen wir für eine tolle Belohnung? So. Wie passt. Oh, ein First Familias Lock. Oh, man. Ich kann eh schon einen zweiten anlegen. Ich bin jetzt auch einen dritten. Halt, stopp. Wir müssen jetzt eine Pause machen. Geht das irgendwie? Warte, ich muss das nicht rausgehen. Gehen wir mal ein bisschen zur Seite. Was war das da? War da nicht gerade irgendwas? Okay, warte. So. Kurz Pause machen. Äh, Familias. Schau, wir können eh noch zwei weitere anlegen. Was haben wir anlegen. Ein Feuerdrachen. Ein Golem. Die ist süß. Sie sieht aus wie die Dragon Quest Fledermaus. Wie ist denn die? Dracus. Und halt. Auf Feuer. Das wurde mir vorgeschlagen. Na, dann machen wir das so. Ja. Jetzt habe ich drei. Ah. Oh. Was ist das? Ich will nichts kaufen. Habe ich irgendwo drauf gedrückt? Oder kloppt das einfach auf? Wenn ja, dann wäre das ja aggro. So. Jetzt brauche ich mein Wasser. Wasser. So. So. Okay. Ist complete. Sie kämpft ja alleine, oder? Tada! Vogelschweichung muss ich machen, oder? Tadaa, Christophete. So, was haben wir da noch? Ah, da lang. Was ist da lustiges? Das neue Gegner. Aber wir gehen da hinten hin, da steht niemand. Okay. Okay. Nächste Quest ist fertig, sehr gut. Alles, was uns stärker macht, ist gut. Oh, Level ab auch. So, das müssen wir jetzt noch machen, das noch. Und fertig. Ist komplett. So. Auf du Creeper da. Ja, mach mir nichts. Ist ja auch schon mal was wert. Okay. Okay. Ah, schau mal. Ich glaube, dass so eine Vista noch sein wird. Ich glaube, hier waren wir noch nie. Kann das sein? Die Gegner genauer begutachten. Schau da. Vista. Sehr gut. So schnell kann kein Mensch lesen. Und man kann es ja nochmal nachlesen. Sehr gut. Okay. Oh, oh. Was ist da? Darf ich da hingehen? Oder sterbe ich gleich? World Keepers Netzt. Okay. Das sieht so nach Boss-Dingsbums hier aus. Okay. Das ist nichts. Spannend. Protected Zone. Jedes Gold zählt. Hoppa. Aber Christals. Genau, ja. Gehen wir mal wieder zurück. Ich frage es, wie kommen wir wieder in die Stadt zurück. 300 Meter. Da drücken wir. Ah, da ganz hinten. Oha. Nein. King of the Heartlands. Kocka Draco. Okay, wo ist der? Ah, okay. Kommt dein Boss oder was? Hoppla. Na gut. Warte, wenn wir noch da. Weisen wir einfach zurück. Fertig aus. Na super, wieder was erledigt. Hoppla. Warte ich nicht. So, jetzt schauen wir uns nur mal ganz kurz an, was wir jetzt Neues bekommen haben. Hier sind Rufzeichen. Hilfe. Alles blinkt irgendwie. Später hast du es dann eine Viertelstunde abgearbeitet, wenn du schon weißt, was du tust. Das Geheimnis ist, wenn du weißt, was du tust. Was steht denn da noch auf meiner Liste? Da kriegen sie mal die Vents noch mal. Ah, sehr gut. Da kannst du ganz viele Eizung abholen. Regenbogen-Drops. Hm. Sehr gut. Noch ein Cappuccino. Den sogar. Regenbogen-Bedeutung. Sehr viel Koffein. Für alle. Mhm. Das hab ich schon gecheckt. Theoriz. Was ist das schönes? Und nochmal Dice-Event. Tada. Ui. Gut. So, was hab ich denn da noch? Können wir wieder einen 10er-Pull machen oder so? 5, 8, 2, okay. Dann noch nicht. Wir warten mal, bis wir einen 10er haben. Das ist lustiger. So. Warte, da hab ich eh doch einige Sachen. Okay. Macht wahrscheinlich jetzt nicht so viel Unterschied. 5, 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 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Fasenbahn-Bahn-Lotow. Dadadada, let's go. Daumen drücken. Nee, einmal hab ich ja schon gemacht. Oder? Equipment? Glaub ich noch nicht. Oder? Doch. das ist doch noch nicht gemacht und der andere glaube ich hand das bier okay mal ausrüsten was haben wir noch schönes bekommen die drei sterne rüstung genau die drei sterne handschuhe sind besser zwei stelle hut ist besser die schuhe sind noch besser perfekt genau stattdem kann ich den drei sterne sperr nehmen ok so das zwei und da habe ich noch in zwei sterne feuer sperr bekommen ok darkness hätte ich theoretisch dann auch sehr gut ok na gut einiges erledigt würde ich sagen jetzt habe ich dann auch dass das schnell abwarten wirst gehst du erst mal auf codex rewards und collection das habe ich eh vorhin schon und manch andauernd wenn man so viele neue sachen bekommen zum beispiel noch mal handschuhe drei sterne ach so ich dachte die habe ich jetzt dazu bekommen ja noch ein anderer wo muss es mittlerweile tada jetzt die formale text also belohnungen dann später okay dann kann es dann sich in der items gründen und monster gründen das messen hast du mit den 1er dastehen okay wird das nicht weg man und die lieben wir das genauso wie die rufzeichen auch hier nicht weg machen kann mit menschen ok aber es zum beispiel was zum abrufen kommt tada was ist das schönes zwölf solution zertifikat und damit kannst du diese aufträge machen ok noch mehr ich hatte 31 von 5 heute ein paar habe ich abgearbeitet und so was habe ich dann noch mit schiefmann reward tada schiefmann grade ab gibt noch mal mehr bonus lustig dass das alles auch bettel bonus gibt also breiten und bettel buchen und das perfekte spiel für mich was will man mehr so und zu wählen kraft und hänzende und hänzende ok cool und notice ok das war jedes von der e mail gut perfekt h h würde ich sagen niedliche kleine tierchen dass du von jedem einen aufhebst und als unter drei sterne brauchst du einmal und muss nicht werben ok es lohnt sich gar nicht ok also nur die drei und vier sterne level hätte ich eh wahrscheinlich nur gemacht welcher praktischer weise ein wasser feuer dunkelheit und erde ja genau habe ich noch nicht naja gut ok passt wir haben heute eine menge geschafft wir haben die dailyquests gemacht wir haben unsere reputation erhöht wir sind ein bisschen haben ein bisschen mehr einblicke bekommen das wird glaube ich noch lange dauern bis ich alle ausrufezeichen abgearbeitet habe hurra jeden tag gibt es wieder was neues naja gut so ist es halt aber ein bisschen was haben wir geschafft wir sind ein bisschen stärker geworden das ist auch schon mal ganz schön und wir haben jetzt drei tierchen unten sehr niedlich die lustige fledermaus und den lustigen feuerdrachen dragel heißt er wombat oder wambet die moraleskills zum angreifen in eigenem so du hast na gut es ist schon spät ich verabschiede mich für heute ja morgen werde ich wieder online sein wahrscheinlich erst dann am abend wieder so gegen vielleicht ähnlich so wie heute so gegen 20 uhr 30 wahrscheinlich und wenn alles gut geht werde ich endlich mein vtuber vorstellen endlich ja eine ganze eine ganze brigade von surius wäre cool wenn ihr reinschauen würdet morgen oder generell halt immer aber morgen besonders und ja bis zum nächsten mal hilfe riesige katzen laufen durchs bild ja wichtig sind die blauen quests also das war keine blauen quests gerade mal nur grün gibt es einiges was du freischaltest